oh schon wieder bitte vernünftige serverer bitte ich will diesmal keine 20 minuten rumrennen oh es ist legion diesmal möchte ich keine 20 minuten rumlaufen ohne dass der ein oder andere einen gen macht hört er eigentlich mein herz klopfen wenn er den ein oder anderen schlägt sieht er denn das herz von mir ich hoffe dass es jemand der nicht weiß wie man legion zu spielen hat weil dann wird das richtig scheiße dann wird das richtig mies das kann ich jetzt schon sagen wenn er jetzt jeden immer half life hat und add thanaphobia mit kein gutes ding ach ja und denkt dran wenn legion seine fähigkeit benutzt die zum rennen und ihr möchtet jemand vom haken anhocken könnt ihr ruhig machen er kann euch dann nicht grappen solange in seiner komischen fähigkeit steckt also keine panik habe ich was sexy wie immer okay das gute ist es ist jemand denn ich weiß wie man legend spielt es ist gut es ist gut für uns ist sogar sehr sehr gut da hinten ist auch eine palette hoh meine sicht ging nicht so weit so ich muss muss hier aufpassen die schien lief dort hinten lang kann sein dass er gleich wieder zum hoch rennt oder hier rum kommt da hinten ist er schon oh mein gott gar nicht gesehen aber wisst ihr was mir auffällt ich glaube die bäume haben sie diesmal verbessert weil sonst sehen ja eigentlich nur scheiße aus ja okay wobei die da hinten wahrscheinlich ne die sind ne ich nehme zurück ich dachte vielleicht hat man die blätter ein bisschen besser gemacht ja ne doch nicht von namen sieht das doch nicht so aus aber da hinten sieht man das recht gut das sieht man auch halt ja simpel gehalten wurden ja schade so komm mal hallo jo dann haken dann haken welchen nehme ich denn so kommt er zu mir ja ne kommt doch er kommt zu mir guck mal ich verstecke mich hier würde eigentlich super funktionieren oh legion ey junge komm doch jetzt ran auf den meter er will nicht oh mein gott darauf hat er gewartet scheiße jetzt kriegt er sie und kriegt mich auch nochmal das problem ist dass der haken gleich um die ecke ist und die 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 werden rausgehen zu 100 prozent gehen die raus gibt mir vier prozent komm der badelett komm sonst deinstalliere ich das game war ein scherz schade verdient jpt hast du wirklich sowas von verdient alter get wrecked sonnenlos wisst ihr was bevor ich sterbe nymphen brauche ich wenigstens noch die spritze macht das tor auf er wird uns nicht beide kriegen hier komm oh shit und ich dachte sie macht das tor auf hängen sie auf hängen sie auf ich weiß nicht ob ich es schaffe ne schaffe ich nicht mehr hast skillcheck verkackt da hast du echt ein skillcheck verkackt der kriegt mich nicht schafft er nicht mehr sorry da hast du echt